Hallo, heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Ich fahre mit der Edelsberg Seilbahn zum Edelsberg Turm. Mein Fahrrad habe ich mit dabei, um anschließend einfach nur wieder runter zu fahren. Mit dabei ist meine neue GoPro 7. Dies ist der erste richtige Einsatz für die Kamera. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nun bin ich oben auf dem 830 Meter hohen Edelsberg. Hier werde ich mir eine Strecke suchen, um einfach nur bergab zu fahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020